Mein und herzlich willkommen wieder bei Stritigi Command, War in Europe, alliierte Mehrspieler gegen Mr. West. Und mal sehen, was er gemacht hat, vor allem auch Ginks im Osten voran, hoffentlich ja nicht. Ja, Afrika hatte ich schon ganz vergessen, oder sagen wir mal lieber verdrängt. Das ist vielleicht die treffendere Bezeichnung. Oh, der Panzer, den sehen wir wieder. Spannende Frage ist halt, kann die Hauptstadt halten? Drei? Ja, doch. Ernsthaft? Am Ende ist es eine Garnison. Ich meine, dass man das verliert, okay, aber dann muss es eine Garnison sein. Das fühlt sich irgendwie so merkwürdig an. Wir verlieren ein Schiff, aber interessant. Mein klar ist es unschön, dass wir die Schiffe da verlieren und okay, es ist auch verständlich, dass wir bombardiert werden. Aber hat er die Landungsboote gar nicht entdeckt, dass er die bisher in Ruhe lässt? Das wäre nämlich für uns dann ganz interessant. Ja, jetzt jagen die U-Boote schon unsere letzten Zerstörer. Ich weiß, Großbritannien ist zum Teil in einer echt traurigen Position. Und das U-Boot muss da jetzt auch mal weg. Hat sich ein Marinebomber gekauft, ist leider eine ziemlich gute Investition. Die Festung scheint noch zu leben. Auch die Festung, das sind einfach alles noch Züge und Runden, also einfach alles Zeit, was wir noch gut machen. Deswegen, das ist eine sehr gute Nachricht, wenn das einfach noch durchhält. Ich sehe gerade, seine Panzer sind nur Stufe 1. Also vom Upgrade her. Hat er da niemals rein investiert? Das wundert mich gerade irgendwie. Also jetzt, warum das mal auffällt. Ist er doch eigentlich tiefer im Spiel, aber nein, sagen wir mal, ich habe nichts dagegen, wenn seine Panzer schwächer sind, als wir es gedacht hätten. Ähm, die haben ein paar Schiffe verloren, ja. Ein paar Einheiten. Allerlei Orte erobert. Jusoslawien kapituliert, okay. Oh, die Pioniere sind fertig. Ja, offenbar, da sind immer noch diese falschen Wieger, okay. Da ist ein U-Boot, aber da können wir gerade wenig gegen machen. Die Folge der Achsenmächte Nordafrika stellen eine ernste Gefahr für den Suoskanal und ganz nah aus dar. Ein möglicher Verlust von Ägypten würde katastrophale Folgen nach sich ziehen. Um dies zu verhindern, könnten wir dringend benötige Panzer nach Kairo schicken und damit die britischen Truppen, die in Ägypten im Einsatz sind, verstärken und wiederherstellen. Fasten 200 mpb auf vier Runden verteilt, aber neutrale Staaten könnten was dagegen haben. Äh, naja, die Türkei könnte 8 bis 15 stärker zu den Achsenmächten tendieren. Ich würde sagen, wir machen das. Dann hält Ägypten vielleicht ein, zwei Runden länger, gefühlt. Kriegen wir die jetzt schon direkt? Oh, das ist freundlich. Schauen wir mal, wie lange sie leben, wenn man bedenkt, dass hier direkt eine Pack ist. Ich meine, vielleicht benutzen wir sie auch nur, um sie direkt zu evakuieren. Ich weiß nicht. Äh, ja. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, traditionell in Afrika die letzten Runden angefangen. Tunen wir es jetzt auch. Unsere Artillerie. Wir könnten ein bisschen auf den Panzer schießen. Also eigentlich ist die Artillerie natürlich auch eine sehr wertvolle Einheit, weil diese Feldartillerie kriegst du, glaube ich, wirklich hier nur in Afrika. Äh, wenn du sie auch mal dazu kriegst, sonst kaufen kann man, denke ich, doch nur die schwere Artillerie. Aber andererseits halt einfach den Panzer scharen zu machen, das wäre schön. Verlegen wir uns doch nochmal, was gilt sonst noch die Pack. Ich würde sagen, die greift nicht an, die muss sich einfach in Kairo verschanzen und wir müssen sehen, was passiert. Das Ding kostet gleich 50 Punkte hochzuziehen. Das ist, äh, ein bisschen teuer. Ich glaube, auf unsere mangelnde Punktanzeige mit den Briten muss ich jetzt langsam nicht mehr hinweisen. Aber gut, wir wollen mal nicht so sein. Du kriegst wenigstens... Ah, ah, auf Stufe 6. Tja, die Panzer helfen uns hier natürlich ein bisschen so die Linie zu halten. Und wenn die Pack kommt, sind wir zumindest hinter einem Fluss. Also ich bin geneigt, die wirklich so stehen zu lassen, weil wenn wir uns hier durchtauschen, die Pack hat natürlich schon ein bisschen mehr Verschanzung hier aufgebaut. Ich würde das so lassen. Ja, schauen wir uns an. Es ist natürlich unschön, das Wetter gerade. Schwerer Regen. Das heißt dann auch, wir können quasi nichts aufklären. Mit unseren Schiffen. Da muss das U-Boot in der Schleichtfahrt jetzt mal ein bisschen mithelfen. Weil jetzt haben wir hier oben nichts mehr verloren und können uns mit unserer Flotte hier wieder in Griechenland sammeln. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, wo wir hier denn sicher rauskommen. Ah ja, hier. Schwerer Kreuzer, der ist nicht mal in einem Hafen drin. Und auch die sind so platziert, dass sie uns attackieren würden, könnten. Wie auch immer. Die nächste Frage ist natürlich, wo sollen wir landen in Italien? Ich wette darauf, dass in Rom eine Garnison steht. Einfach zu schön, wenn da nichts los wäre. Also wir haben hier ein Chor, ein kanadisches. Das Unschöne ist, wir haben keine Luftaufklärung dafür hatte ich ja, obwohl doch, warte. Hier nicht stürme und so. Eine gute Frage. Also klar, das Akku müsste mir in Sicherheit bringen. Die Luftabwehr und die Armee nächste Runde dahin schieben und auch auf dem Schiff setzen. Soweit so klar. Jetzt natürlich, also wir haben können fliegen. Wir kommen natürlich nicht nach Rom. Aber zum Beispiel hier hin, bis nach Neapel. Das Problem ist natürlich, wir fahren da an extrem vielen italienischen Häfen vorbei und da sitzen wahrscheinlich Schiffe drin. Und die können wir gerade alle nicht mehr aufklären. Ah, da ist wahrscheinlich, wir kommen nicht so recht auf die andere Seite. Natürlich hier trotzdem mal kurz gucken, haben wir noch hier, hier ist hier der leichte Kreuzer. Das ist hier halbwegs sicher, wenn man von den Häfen fern bleibt. Das sieht so aus. Ah, stimmt, im Feld ist Flugzeugträger, es ist auch gutes Wetter. Deswegen kann der da auch agieren. Warte, wenn wir so zum Beispiel hier hinfahren. Aha, da haben wir ihn beim Haus. Da, der Ort ist zum Beispiel frei. Ah, da mit Jagdflugzeugen, das müsste eigentlich reichen zum Erkunden. Ich will nämlich mal wissen, ob in Bologna irgendwas los ist. Nein. Plötzlich, hier in Rom steht die Garnison, die würden wir eher nicht klein kriegen. Aber Bologna. Da könnten wir hin. Können halt leider kaum irgendwas aufklären hier. Wir werden wohl auch kaum die andere Seite Italiens von hier erreichen. So, das heißt, wir gehen hier, wir gehen an Land. Und wenn man an Land geht, hat man eigentlich noch einen Schritt. Den könnten wir direkt da hingehen. Aber ich wünschte, wir hätten jetzt noch mehr Flieger in der Gegend. Hier. Da können wir doch noch die meisten Häfen. Also, wie viele Punkte haben wir, wenn wir kreuzen? 42. Und wir bräuchten hier hin. 36. Wo die sind? Ja. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Sonst konzentrieren wir uns einfach mal auf die italienische Ostküste. Und es wäre ja schon auch nicht schlecht, einen Hafen zu erobern, weil dann kämen wir ja im Zweifel auch wieder weg. Das ist auch ein Faktor, der nicht zu verachten ist. Mal wissen, was hier noch los ist. Aha. Steht einfach jemand in dem Ort und es ist noch ein Schiff da. Na gut, sonst würde ich sagen, das Chor macht sich nach Bologna auf. Was wir einfach mal mitnehmen, ist ja auch ein nationales Moralziel. Und dann sitzen die zugegebenermaßen fest, weil sie keinen Hafen haben und nichts. Aber er ist dann auf jeden Fall gezwungen, hier wieder Einheiten hinzuziehen, die dann nicht an die Ostfront können. Also das wird schon ein schöner Gewinn. Dann haben wir die Spezialeinheiten da. Wird gehabt, da wäre es vielleicht schön, irgendwo hinzugehen, wo auch ein Hafen ist. Damit sie dann im Zweifel, obwohl Spezialeinheiten brauchen, natürlich nicht zwangsläufig einen Hafen. Trotzdem, sagen wir mal, es wäre in Zweifel billiger, sie auf ein Transportschiff als auf ein Landungsschiff zu setzen. Natürlich ein Schlag auf den Bomber hier auch nett wäre. Aber ihr könnt natürlich hier reingehen und dann den schweren Kreuz zu attackieren. Dann hat es die britische Flotte ein bisschen leichter. Oh, nicht, dann gehen wir hier hin. Das hat natürlich defensives Marienfuch. Das war ein wunderbares Beispiel, wenn man keine große Erfahrung mit Landungen hat. Weil man Schiffe nicht sonderlich mag und dergleichen. Das war jetzt wirklich ziemlich blöd. Das bestreite ich nicht. Eine kurze, ein paar Schweigesekunden für diese Einheit. Das wäre jetzt einfach wirklich blöd. Das lässt sich auch nicht schönreden. Jetzt so, wo man darüber nachdenkt, irgendwo hinterkommt, schwört er herum, dass es ja defensives Abwehrfeuer gibt. Ja. Versuchen wir also einfach hier jetzt noch möglichst unbeschadet rauszukommen. Das heißt, du kommst auf ein Transportschiff und gehst dann wahrscheinlich nach Griechenland. Hier in den Hafen erst mal. Das ist natürlich, hier ist wahrscheinlich niemand, aber... Ich wollte nur auf nochmal sicher gehen. So, ich sehe jetzt eigentlich kein Problem, hier durchzufahren. Damit ist das Haku schon mal sicher. Dann haben wir unsere Flugabwehr. Und die Armee muss hier hinziehen. Und nächste Runde dann über den Hafen entkommen. Hier könnt... Gut, denn wir sagen, dass das Haku-Mittelfrostich eh aufrückt. Warte, ihr könnt ja auch kreuzen einfach. Euer Ziel ist ja noch nicht so weit weg. So. Dann sollten wir jetzt auch die Schiffe hier rausbewegen. Und auf dem Weg vielleicht noch diesen schweren Kreuzer ausschalten. Wird wohl eher schwierig werden. Obwohl, so langsam. Ich bin immer wieder so ärgerlich, wenn der einen durchfährt. Wir ziehen uns mal eben den nächsten erst dran. Na gut, der Flugzeugträger kann hier im Hafen noch eine Runde Schutz suchen. Und du kannst da auch erstmal in den Hafen fahren und nächste Runde hauen die ab. Das erinnert mich immer gerade noch ein bisschen. Diesen defensiven Marinefeuer. Naja, wir haben zumindest Bologna. Wird nicht lang halten, aber immerhin. So, diese Garnison bräuchte Verstärkung. Du bräuchtest hier mal die neunten, beziehungsweise du müsstest zurückkommen. Oder diesen Ort da erstmal einnehmen. Das wäre beides in Ordnung. Und dann aber nächste Runde zurückkommen. Du brauchst die Upgrades. Den könnten wir vorsichtig verstärken. Wobei wir haben die Punkte nicht mehr. Und nächste Runde mit dem HQ müsste es ja eigentlich noch besser gehen. Sagen wir, macht hier mal Platz und das rückt hierhin irgendwo auf. So, dann haben wir noch unser Schlachtschiff. Die Artillerie feuert einfach zurück. Ja, deren Versorgung ist miserabel, aber wir können trotzdem halt nur wenig machen. Sonst würde ich sagen, komm, ihr verteidigt den Ort so lange wie es geht. Und auch ihr versucht einfach so lange wie es geht durchzuhalten. Ach, tatsächlich. Ich habe mich gerade gefragt mit dem Flugzeugträger, wenn die Flugzeuge dann einmal... Also, ne, da ist ja schlechtes Wetter und so. Aber mit dem Flugzeugträger können wir dann auch in gute Wettergegenden fahren und trotzdem was machen. Wir sind schon auf Bomber. Und können nicht wirklich was erreichen. Jetzt will ich mal ein bisschen wissen, was ist dahinter noch so los. Okay. Wo kommt eigentlich der in Versorgung? Und wir sehen hier kein Haku, das könnte höchstens, obwohl da ist vielleicht eins drin. Das gibt dann wahrscheinlich weiter. Naja, du fährst jedenfalls erstmal wieder weg. So, und das von... Hier noch. Den könnten wir noch wieder auf 8 bringen. Das würde ich schon sagen, machen wir. Ja, den verstärken ist so eine Sache. Ihr fahrt demnächst weg. Das ist weiter... ärgert mich immer noch gerade. Und wir schauen mal, wie viele Schiffe wir hier dann noch endgültig wieder rausziehen können. So, ähm... Ja, unsere Zerstörer, die irgendwie alle nicht mehr so recht vorhanden sind. Das ist sogar nur ein leichter Kreuzer. Ja, die U-Boote haben im Moment ziemlich eindeutig gesiegt, würde ich sagen. Dann lassen wir ihnen die Freude daran. Und... Ach ja, unser eigenes U-Boot muss hier überhaupt mal weg. So, das heißt natürlich auch, Konvoi. Das legen wir erstmal lahm, weil es würde ja eh nichts in Großbritannien ankommen, wegen den U-Booten. So, dann kommen wir in den Osten, wo die Deutschen bisher erfreulicherweise nicht so sehr vorankommen. Wir haben 700 Punkte, das heißt wir können eigentlich verstärken, was wir wollen. Warte hier in den Festungen, das gibt vielleicht einfach noch einen Moment Zeit. Niemand drin, oder? Und wir sind jetzt den Ort einfach mal zurück und verlassen. Oder bleiben wir einfach drin. Kann auch nicht so viel machen. Ah, nur ein 1-1. Das lohnt einfach nicht, wenn wir eine Armee haben. Sonst geht mal alle zurück in Position. Aber es war ganz nett, dass wir die da ein bisschen zurückgeschlagen oder geschwächt haben. Mit mangelnder Moral. Jetzt fährt uns hier natürlich ein bisschen durch, nach Kiew. Kann uns natürlich nicht gefallen. Wir können uns vielleicht jeden aus Molensk mal leihen. Ich kann gerade auch nicht so viel machen. Sonst kommen wir auch mal eben hier drüben hin. So, ja, die sind eingegesselt. Flieger, ja, die Flieger können halt nichts erreichen. Okay. Okay. Könnte ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube ja, er nicht. Ich würde sagen, ihr bleibt da bei der Festung. Hier ist der Pionier fertig. Und ich denke, Leningrad ist dann soweit ausgebaut. Könnte auch über dieses Feld nachdenken. Aber vielleicht wäre es jetzt schöner. Wir können ihn gerade gar nicht verlegen. Okay. Sonst gehst du nochmal eben zur Seite. Du gehst da rein. Und nächste Runde schicken wir ihn dann vielleicht vor Moskau oder so ein bisschen was aufbauen. Ansonsten. Ja, hier steht noch gut. So, kaufen und forschen. Wir haben ja diesmal viele Punkte über. Mit den Briten, das reicht mal wieder nicht für die Forschung. Und wir haben ja wahrscheinlich genügend Einheiten, die Punkte haben möchten. USA. Ja, die Marinewaffen. Oder vielleicht, ja, die Luftabwehrwaffen brauchen wir vielleicht auf Dauer dringend da. Aber nach die Marinewaffen und dann sind wir auch langsam am Forschungslimit. Sowjetunion. Wollte ich erstmal kaufen. 163 Punkte. Reicht das noch? Für etwas, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Ja klar, alles könnte uns weiterhelfen. Aber nicht im gleichen Maß. Also nicht die Span... Obwohl Panzerabwehrwaffen. Mit den Sowjets ist das interessant, weil die Deutschen haben ja viele Panzer. Und wir können mit den Sowjets doch auch so einiges an Paks bauen. Dann passt das schon. Dann passt das schon. Obwohl die USA können jetzt... Na, die müssen erstmal sparen. Die müssen ja noch die Panzer abbezahlen. Dann haben wir noch ein paar Punkte über mit den Briten. Zum Beispiel diesen Bomber da auch mal wieder fit machen. Dann sind wir exakt pleite. Also das Spannende wird es jetzt sein, ob möglichst alle Schiffe hier jetzt noch nach Griechenland kommen. Dass wir uns irgendwie nächste Runde auch diese Straße frei halten, dass die Armee da noch rauskommt. Ah, Bologna schön. Die zweite Landung verlief sehr unschön. Und im Osten... Die Deutschen sind ja bisher nicht zu schnell. Da bin ich gerade auch noch recht optimistisch. Und hier ist ja soweit alles ruhig. Das mit den U-Booten ist nicht schön. Aber okay. Und jetzt habe ich fast wieder Basra vergessen. Aber jetzt sind wir dann gehe ich bereit. Ach ja, Italien ist Moral geschwächt. War ja ein nationales Moralziel. Könnten den Briten die Sorge hatten, den Island zu verteidigen zu müssen, indem wir die erste provisorische US-Marine-Bregade aus San Diego dorthin verlegen. Können wir machen. Moratien. Ah, wir kriegen noch die 10. Armee. Das ist gut. Also ein paar Decksauen und so weiter. Na gut, dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Mr. West und den Achsenmächten dort rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020